Hallo, ich bin Vera aus Deutschland und wir haben heute eine Tour gemacht, eine Falla Reef-Tour mit dem wunderschönen Boot der Falla, die man hinter mir sieht. Es ist ein wunderschönes Segelboot, ganz, ganz alt. Und wir sind von Cairns gestartet, sind raus zum Great Barrier Reef und es war einfach super geil. Wir sind als erstes rausgefahren auf eine Sandbank. Von dort aus sind wir mit einem Guide rausgeschnorkelt, haben das erste Reef sozusagen gesehen und es war wunderschön. So schön, dass ich gar nicht mehr zurück wollte aufs Boot. Danach gab es Lunch. Der war super, super lecker. Ja, und dann ging es gleich weiter zum nächsten Reef. Dort konnte man dann halt auch tauchen, wenn wer Bock hatte. Ich hatte keinen Bock, weil ich ein bisschen Schiss ab vor der Tiefe. Aber es soll super cool gewesen sein und ich bin weiter raus, geschnorkelt weiterhin. Bin wieder rauf aufs Boot, hab die Sonne genossen. Es war super, super cool. Wir sind zurückgefahren. Es gab noch Wein und Skis. Währenddessen wurde uns von dem Captain ein bisschen die Historie des Boots erklärt und es war einfach super geil. Ich habe ein neues Wort von unserem Schotten gelernt. Das ist groß geil. Und ich glaube, das beschreibt einfach alles. Es war super gut.